herzlich willkommen zu einer neuen folge assassin's creed walhalla und ja wir hatten ja in der letzten folge hier unter diesem turm hier ganz im norden ausgelockt und wir sollten da ist ein dränger der will aufs maul der ist völlig verrückt hat die tausende von menschen getötet und den werden wir gleich mal zur rede stellen aber vorher springen wir mal runter und gucken mal ob es da unten noch irgendwie ein schatz oder sowas gibt das sah zumindest so aus aber ja aber nein ist es nicht und von daher hier liegen die hier aufgespießt alle noch ein pfeil mit älter schwede hat er die hier platt gemacht ich bin gespannt was er hier zu melden hat sei gegrüßt ist das dein schlachtfeld es ist das werk eines entfesselten drängers hat er noch einen armen drängers das bin ich abscheulich ich sollte die reine luft nicht atmen dürfen drängier töten mit ehre ruhmreich und stolz waren diese männer nicht unschuldig viele von ihnen waren es viele auch nicht ihr blut rinnt nun gemeinsam und stinkt nach dem eisen meiner klinge welch ein ende der gute ragnar lotbrock hat mich immer im zaum gehalten und das schiff meines huger gerankt ohne ihn bin ich verloren ich habe angst vor mir selbst kein faden anstand ist noch in mir der dränger der ich einst war ist nicht mehr kannst du mich von diesem leid erlösen bitte dein leben ist erfüllt von einem schmerz den kein wehrgeld und keine buße befrieden kann ja du kennst meinen schmerz und du siehst aus als könntest du ihm ein ende setzen bitte zu diesem unwürdigen wesen einen letzten gefallen na klar schicken wir ihn zu ragnar nach valhalla verlorener dränger ich kämpfe und helfe dir wieder zu finden was sagen hat ihr gehabt kinderlokis nimmt mich zu euch deiner arme kämpft so laissezbereichen für zwei die wacht oh den haben wir schon geburt und dann springen wir noch mal auf den kopf alter schwede da hat er auch noch mal so einen sprung drauf und dann haben wir ihn bezwungen und dann kriegt er jetzt sein abschiedsstoß hallo sprechen die eiterbeule aufgespießt möge dieser tod das erste gute sein dass ich seit dem tod meines meisters verursachte odin heißt alle willkommen solange sie lauter krieg führen und schneller trinken als jene vor ihnen und dann liegt er im staub und sie können den tod bestätigen lebe in frieden mein lieber oder ruhe in frieden und der dränger ist besiegt leben tut er nicht mehr das wäre ein bisschen vermessen ein opal mit am starten und eine fette waffen ruhe gibt es hier noch irgendwas wenn wir hier hoch gucken aber warum sind hier diese feuer dinge das ist auch interessant spähe für mich in die ferne das ist irgendein bewandtnis können ja mal gucken wenn ich so ein ding hier mal anfackele für den dränger machen wir das andere auch noch mal an da brennt es lichter nur auf ragnar aber hier die ganze mauer entlang ist dann nicht noch ein synchronisations punkt oder sehe ich das falsch ne eigentlich das ist der hadrian 2 by the way tatsächlich sehr sehr geil wir haben hier noch einen fetten das ist jetzt weil es so abgelegen ist eigentlich schon wieder so interessant ein mainz wasser das sieht da jetzt mal gerne hin will dann gucke ich mir auf jeden fall noch mal an die uns mitglieder ob hier irgendwo hier oben im nord noch welche hinweise sind dem wir nachgehen können bevor wir uns wieder nach unten verpieseln nach süden verpieseln wir müssen ja auf jeden fall den kopf des ordens vernichten damit wir auch die quest machen können also beziehungsweise das dlc das neue und letzte was ich ja mit euch dann auch noch miterleben möchte vero zu sinken oder mal was es hier zu snacken gibt okay da leuchtet was soll ja die feile nimm mal mit noch mal feine nicht dass ich wieder auto feile bin und das ist ja aber auch verschneit ohne ende geht da ist nix das muss ja hier drin sein ist die frage wie so oft wie kommen wir da rein vielleicht können wir auch hier irgendwo was durchschießen ein fetter schatz liegt da können wir hier irgendwas öffnen oder durchs wasser tauchen könnte natürlich auch eine alternative sein aber wir haben ja einfach nur ein explosionsfall am start und dann ist es doch einfacher als erwartet die truhe öffnen land der das axt haben wir bekommen sieht mal mega geil aus die muss ich mir mal anschauen das ist eine zweihändige denen axt makellos kritischer schaden wird erhöht wenn du von drei oder mehr gegnern umgeben bist cool sieht sie alle mal aus aber mit zwei händen da wollte ich jetzt nicht kämpfen weil die doch so ein bisschen langsam sind finde ich okay dann haben wir das hier auch abgehandelt ich schaue noch mal eu vorweg schaier ich schinger genau wir gucken jetzt noch mal in ordnung linken ist schaier oxen nach fort schaier auch glower kester römische ruinen statt leckere kester das ist ja alles weiter im süden und hier die haben wir ja mal gar nicht es wird interessant auf die mappe oxen nach vor gloower kester mit nottingham schier aber gar nichts oxen nach fort ist ja hier ist 6 legere kester ist auch hier lincoln schaier ist hier ist nur maglow kester schier grant am burg grant am burg schier glower kester schier da fehlt uns auch noch ein synk punkt by the way noch nicht alles erkundet alles klar da müssen wir auf jeden fall noch weiter nacharbeiten prüfung des rahmen ach so das ist ja auch noch diese prüfungs geschichten wir werden jetzt mal nach heffnertorp wieder zurück und werden dann ein geschenk wobei wir haben ja noch das biest für die unterwelt teil 1 der legende von bio wolf gerüchten zufolge verstümmelt ein ungeheuer fien ist engler dies könnte eine gelegenheit sein ruhm für unser rahmen band zughan relieve suicid ringen meine güte trauma fühlt und sprich mit dir kommen wir machen das und dann geht es nochmals müystischen ich denke mal wird es noch einmal hasta gehen ja und dann müssen wir bevor wir dann mit der neuen quest 3 er beginnen auf jeden fall den orden platt machen da müssen wir mal gucken dass wir da jeden einzelnen eiferer der uns noch über die haube läuft müssen wir da noch suchen ein bisschen lang da vorne obwohl filter ist pferdchen kommt auch runter doppelt sehr schön braves hatte ich verballere die ganzen pfeile für einen verkacktes finde wohl filter und sprich mit ihr sie ist in einem kleinen dorf nahe den brisela gehöft den fliegen lassen sehen was du siehst ich denke mal wir haben sie schon gefunden wir wissen dass es die dänen sind es sind immer die dänen lasst sie wehrgeld für die toten zahlen die jetzt auf unseren feldern liegen sei doch vernünftig was hätten die dänen davon arme bauern abzuschlachten nix was will er denn ach du scheiße der erste schmerz k.o. der zweite auch die alte die kriegt auch gleich mal ein oder die die kämpfen uns zum schluss diese sachsen kämpfen wie tolle hunde die ihren zu schützen kann ich ihnen nicht verübeln danke dass du dich zurückgehalten hast fremder wie ist dein name eivor vom rabenklan in mercia wolfhilder ebtissin von berechingum und erforscherin der mysterien ich frage mich ob wir aus demselben grund hier sind ja um des teufels werk zu erblicken doch warum sollten sich dänen von fluss aufwärts darum scheren was sächsischen bauern zustößt wenn ein tollwütiger wolf oder bär jagd macht werde ich ihn erlegen sonst gibt man die schuld für diese gräueltaten wieder den meinen wohl an eivor vom rabenklan sie dir die opfer an und sage mir welche art bestie dafür verantwortlich ist ich könnte mit den toten kühen beginnen ein biest aus der unterwelt untersuche das der fleischte vieh wer oder was hat diese tiere getötet du da was stieß diesem armen tier zu denen stießen ihm zu wie kannst du so sicher sein es war hot gas kriegsbande sie hausen in diese alten kirche und bringen uns nur schrecken und leid denen töten für fleisch oder um den göttern zu opfern milchkühe zählen nicht gerade zu ihren zielen doch was sagt alles tier den denen in die schuhe zu schieben und hier ist noch einer bis sporen doch von keinem tier das mir bekannt ist der kadaver ist mit seltsamen moder bedeckt obwohl die wunden frisch sind die legende von beowulf es gibt keine riesen das war der teufel der seinen zehnten eintrieb ihr seid ihr tapfer dass ihr euch so nah herantraut ich hab's gesehen dränger wirklich in der nacht als es geschah alles was hast du gesehen einen wolf ein bären ein tollwütigen hund vielleicht ein jötun war es er war so groß wie ein baum und er lachte während er das tier zerriss er hat seinen namen geschrien grändel grändel die alte kniffte da oben ist noch eine kuh ich meine wer macht denn das macht er und das ist noch frisch das macht doch kein bär oder sowas das ist ja wirklich unmenschlich bei den göttern welch ungeheuer schleuderte das arme tier dort hoch in sein verderben welches tier hinterlässt in einem feucht glänzenden mode auf seiner beute dennoch gab diese frau einem rotgehalt seine dämme die schuld ist das das werk von menschen wie es auch war hatte keine kraft um einen zerfleischten tierkadaver auf ein dach zu bringen das kleine mädchen sagte das wesen sei ein rieser und hätte sich selbst geämpft dies könnte das werk einer bande betrunkener dänen sein ich sollte diese hinweise mit wohlfelder besprechen oh man ich glaube das war so ein riesenvieh was uns dann mal richtig mächtig in den arsch treten wird aber hatte ich hier nicht noch was gesehen ja da unten irgendwo ein schitzlein sein tragen wir mal das ding hier weg weg mit der kiste und weg geschoben ist nicht aufgehoben und schon haben wir die truhe und wir kriegen noch mal eine kleine waffenruhe der vergiftung wolfhilder ich habe alles was ich konnte von den dorfbewohnern in erfahrung gebracht und den toten tieren und wie liest du dieses mysterium glaubst du immer noch es wäre ein wolf oder bär es ist nicht das werk eines wald tieres die bissspuren der moder sehr seltsam dann siehst du es auch als werk des teufels oder ist einer eurer holzdrachen zum leben erwacht ein paar zerfleischte tiere beweisen weder teufel noch drachen es muss ein mensch sein oder mehrere das mädchen erwähnte einen grändel nein keine sterbliche hand könnte fleisch auf diese art zerreißen das erkennst du sicher auch ich sah was menschen hände anrichten können blutiger als das hier und diese menschen durchstreifen die nacht und töten dabei das vieh ich gebe zu das kann ich nicht erklären drei mal fanden diese angriffe stadt jedes mal bis spuren gebrochene knochen und dieser seltsame moder etwas böses geht den erstengler um einige tiere wurden in den wäldern im nordosten angegriffen gehen wir mitkommen die ist ja mutig nummer zwei fertigkeiten punkte dazu bekommen beutel in hoher alle in den bäumen sein kannst du es riechen das stimmt ja den geruch kenne ich nur zu gut kadaver und tod der geruch von loki wo ist denn hin bleibt sie einfach stehen die alte gibt dich zur stätte des angriffs davor ist der quest marker dann sollten wir auch da lang bleibt die einfach stehen oha da geht's ab alles erledigt haben die welt für dich gebissen kein problem aber sagt mir was geschehen ist diese biester waren auf der suche nach frischem fleisch ich meinte warum du wieder hier draußen bei dem toten vie bist ich suche nach meiner besten milchkuh wie die zucht hast du sie gefunden nein aber eine dänische axt sie gehört roth gar dem anführer der kriegsbande weißt du sicher dass das seine axt ist ja er fuchtelte damit im dorf herum und verlangte eil ich werde mit roth gar und seiner kriegsbande sprechen alles klar kehre zu wolfhilder zurück diese frau ist sicher dass eine bande krieger hier für diese gräuel verantwortlich ist andere spuren haben wir nicht ich weiß welche männer sie meint sie halten sich in der kirche nahe des brisleer gehörts auf ich bring dich hin komm ihr anführer hroth gar ist ein guter mann für einen heiden der tötet nicht grundlos vieh du hast wunderliche ansichten wolfhilder und einen ungewöhnlich offenen geist dasselbe könnte ich von dir sagen die meisten heiden würden zauberei oder monster verantwortlich machen doch du suchst nach einem weltlichen grund ich habe viele seltsame dinge gesehen aber die antworten sind oft naheliegend dennoch versteckt wohl wahr doch in diesem fall hat die kirche mich mit der erklärung des unerklärlichen betraut das führt manchmal zu und christlichen gedanken und eine kirche nimmt diese und köstlichen gedanken hin sie dulden sie lucifer ist ein täuscher und gottes wege sind unergründlich also muss auch ich allen möglichkeiten offen gegenüberstehen ob weltlich oder anderweltlich und deshalb duldest du einen heiden wie mich vielleicht oder aber wir alle heiden und christen befinden uns im angesicht eines größeren mysteriums das ist wohl wahr aber wir warten jetzt mal lassen wolfhilder nochmal davonlaufen und werden dann in der nächsten folge dem mysterium weiter nachgehen nachgehen